So. Was jetzt haben wir? So. Hallo. Danke. Gute Morgen, die Herrschaften. Und fangen wir gleich mal an mit einer schmalen Straße. Mitten im Nirgendwo. Na ja, ganz im Nirgendwo ist es ja nicht. Aber lustig ist es trotzdem. Und jetzt? So. Spiegel eingeklappt. So. 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 Okay. Ah, ich seh schon wieder Stau, ich hab's gehandelt. Bedeh, bedeh, bedeh. Ach, weißt du was, wir fahren einfach anders lang. Ob's da viel besser ist, weiß ich nicht, aber ich hab keinen Bock mich hier anzustellen bis ganz runde. Naja. Oh man, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, Staubensprung, aha, schön wär's gewesen. Wär cool, wenn das gehen würde, ja. Egal. Wir sind die Zeit verloren. Auch okay. Irgendwann der nächste kommt, ist ja mal morgens der Berufsverkehr, der ist ja echt beschissen, ey. Das sieht man gleich, dass hier alle nach Frankfurt rein wollen, egal von wo. So, was ist mit dir los? Jetzt gucken wir hier mit 70 rum. Und dann darfst du. Sonst fahren alle zu schnell in der Baustelle. Meine Fresse, kann man's denn so eilig haben? Mann, 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 Mann. Ja, jetzt stehst du im Stau, du Depp. Hast du davon? Hey, wo ist du hin? Bleib mal auf deiner Spur. Also, dafür, dass sie so viel Schnee angesagt haben, es ist relativ wenig, beziehungsweise nichts. Ne? Ja. So. Du, blinken geht aber auch. Dann kaputt ein Licht. Alter Vater, das kann doch nicht wahr sein. So, wie bescheuert also. Ne. So, warte mal, wie war das denn hier? Wo war das denn? Irgendwie muss ich hier rechts abfahren. Ich nehme an, da vorne. Ich fahr da vorne einfach mal rechts ab. Ja, ich erinnere mich, dass ich hier schon mal rauf bin. Ah, das sieht doch gut aus hier. Hoffentlich haben die einen Starter, ey. Meine Fresse. Ich habe keinen Bock, das mit Hand abzuladen. So. Schön durchgefroren, aber hatten eine Ameise. Ja, so ging das. Wunderbar. Ja. Ja, genau. Wir laufen mal weiter, ey. Das ist süß. So, hier hätte keiner Lust zu streuen, oder wie. Ja. 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 Da geht also. daqui sind wir alle jetzt vorbeug один. Da, die höre, die sind die verteiligen. Man, wieso muss ich das dann immer so scheiße hier hinstellen. Leckt mich doch am Arsch hier, das ist immer wieder dieselbe scheiße hier. Da wird einfach nicht mitgedacht, da wird der Kopf nicht angemacht, ey. Ja, wie soll das funktionieren, ihr seid echt Nasen, ihr seid so geile Nasen, seid ihr. Kotzt mich an hier, echt. Ich würde jetzt sagen, wir fahren zum letzten Kunden, aber ist es ja auch nicht. Aber dazu sage ich jetzt lieber nichts, denn das ist manchmal so, dass das Denken ist, ach, was soll's, ich reg mich da einfach viel zu sehr auf. Machen wir das einfach und wir können uns einfach mal sagen, liegt mir am Arsch oder so. Das ist alles nicht mehr normal. Anstatt da mal mitgedacht wird und vielleicht mal überlegt wird, oder nee, ach komm, weißt wir fahren. Machen wir mal quer durch Hessen auf die andere Seite, das passt schon. Juckt ja kein Mensch. So, tanken müssen wir auch bald. Mal wieder. Vielleicht machen wir das noch bevor die Autofahren, oder ach, ich weiß nicht. bin da halt etwas lustlos. Kennt man ja, wenn irgendwas einen auf den Sack geht, oder mehrere Sachen einen auf den Sack gehen, hört man da etwas lustlos her. Mann, was ist das denn für ein... Klapperst du jetzt, oder klapperst du nicht? Ach, ist mir doch scheißegal hier, das geht mir auf den Keks, alles ist kaputt, alles klappert irgendwo, irgendwer will was, der meckert, weil der zu viel Arbeit hat. Leck mich am Arsch, ey. Und du, was ist mit dir? Rechts vor links, oder was? Komm, das Lkw, muss man doch schnell vorfahren. Ja, da kommt sie doch. Da kommt sie doch. Da kommt sie doch. Wuhu. 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 Die Blitzerfullerne. Könnt mich immer wieder wegschmeißen. Die machen uns alle das Leben so schwer gegenseitig. dann sind alle nur langsam gefahren bei deinem Autostand. Warum auch immer. Kann man ja mal bremsen, das ist nicht so schlimm. Vor man sich den Spiegel abfährt, kann man sich den Stress auch sparen. Bei sowas. Das weiß der, der sich schon mal den Spiegel abgefahren hat. Das habe ich nämlich auch schon hinter mir. Hey, was denn jetzt? Das ist ein ganz neuer Motorrad. Dann bleibt es da gefälligst drin. Kann es nicht einfach abfallen. Ach. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Also manchmal, ja ich weiß, durchgezogen liegen, hätte ich nicht machen dürfen. Hätte ich auch nicht machen dürfen. Klicke mich auch mal auf, über die, die es machen. Aber ich will ja noch gar nicht zurück, ich muss ja noch was abgeben. Da ist der Kopf schon am Feierabendtag, ja. Oh, Fick dich, jetzt fährt er ein LKW rein. Oh, nee, echt. Kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn für Tag? Was hat das noch nicht getan denn? Was ist das denn für Tag? Was ist das denn für Tag? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie vieles. Wie ist das denn für Tag? Du bist der Tag? Wo ist das denn für Tag? Wie sind die Tag in der Tag? Ich bin schon am Feierabendtag. Man kann das hier einfach sein. Ha, ich kann es euch auszumachen.